So, da bin ich mir wieder zurück mit einem kleinen Infovideo. Ihr seht schon, ich habe gerade eine Runde Rette die Welt gespielt und ihr seht schon an der XP-Zahl, da waren vorher noch 1600 paar Mal, ihr seht ja hier in den Kästchen, die immer wieder da sind. Warte mal, kann ich nochmal zurück? Ah, ich kann nochmal zurück. Dann können wir es wirklich mal komplett durchgucken. Also, ich habe ungefähr 15 Minuten für die Runde gebraucht. Heißt, man könnte in der Stunde rein theoretisch 4 Runden hinkriegen. Was habe ich bekommen? 2500 XP, 3,5, dann sind wir bei 6, 7,6, 7,6, 8,2, 9,2, 9,2, sind wir bei 14,2, 14,3, 14,3, 15,3, 15,9, 15,9. Dann sind wir bei knapp, ich sage jetzt einfach mal, 55.000 XP. Derzeit braucht man ja für ein Level ab 75.000 XP. Heißt, sagen wir mal, einfach knallhart, 50.000 XP kriegen wir. Ja, eine Viertelstunde spielen in Rette die Welt. Das sind 2, ne, 4, äh, rechnen. 200.000 XP, heißt so knapp, ja, fast, fast drei Level in der Stunde. Und ihr wisst selber, in Battle Royale bekommst du nicht so viel XP, außer du machst Aufgaben. Aber die Aufgaben habe ich zum Beispiel jetzt wieder rum und bin jetzt Level 15. 14, 15, müsste ich gleich gucken. Also, ich persönlich finde, dass man halt wirklich in Rette die Welt die meisten XP macht, wo man halt auch noch Spielspaß hat. Natürlich, ein Kreativ kriegst du auch noch, aber das ist mir dann in Anführungszeichen wieder ein Tick zu anstrengend. Rette die Welt kann man einfach so entspannt nebenher laufen lassen, kann dabei noch eine Serie gucken oder sogar meinen Livestream, wie jetzt gerade. Und so kannst du ganz entspannt leveln. Zum Beispiel mein Moderator, der Hans, der war, glaube ich, was war er gestern? Er hat fünf Stunden gespielt, war genauso weit wie ich. Obwohl ich gespielt habe, seitdem die Season online war. Ja, die 50 V-Bucks waren halt nochmal ganz entspannt, weil ich noch eine Aufgabe hatte mit irgendwelchen, was waren das? Ach, die Zombies, die aus der Kiste rausspringen. Daher kommen die 50 V-Bucks. So, was haben wir noch? Mehr XP gibt es schon mal nicht, also man erwartet nicht, dass jetzt noch mehr XP kommen. Huch, nochmal 30 V-Bucks. Ich habe die V-Bucks-Aufgaben schon heute Nacht gemacht. Wieso habe ich denn nochmal V-Bucks bekommen? Okay, ich beschwere mich nicht. Kann man machen. So, wir gehen mal gerade einen normalen Modus rein. Ja, Level 16 jetzt. Ich sage ja direkt wieder ein Level. Ja, 75.000 XP. Ich sage ja, das ist zu krank. Also ich würde jedem empfehlen, wer wie ich halt... Ich sage, warte mal, ich muss mich mal gerade privat stellen. Wer wie ich halt alle Aufgaben durch hat. Ihr seht es ja, Saisonaufgaben durch. Ich habe jetzt zwar noch die Tagesaufgaben, da muss ich mich auch mal durchgucken. Ob ich da für euch was irgendwas machen kann, was der eine oder andere vielleicht ein Problem hat. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Aufgaben, schreibt es einfach in die Kommentare, egal welches Video. Ich lese die Kommentare nämlich inzwischen dann doch wieder. Ja, ich war kurz von Fortnite abgeneigt. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie man noch schneller werden kann, außer dann rettet die Welt. Und halt klar, Tagesaufgaben wissen wir selber, kann man eine Runde schaffen, alle 35.000 XP. Wenn die Runde gut läuft, ist die nach 15 Minuten rum. Dann geht es natürlich schneller. Aber ich meine jetzt ohne Aufgaben. Weil Rette die Welt ist konstant immer dasselbe. Du kannst zehnmal hintereinander reingehen, du kriegst dieselbe XP an Zahl und gut ist. Also, das war nur ein kleines Infovideo. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig helfen. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß noch beim Leveln und haut rein.